Die Gameplay-Folge Die Gameplay-Folge Die Gameplay-Folge Leider, es ist nochmal so Das tut mir echt leid, aber keine Bange Wir bauen die auf jeden Fall wieder nach Also so So einfach lassen wir uns hier nicht abspeisen So, dann bauen wir hier gleich Den Weg weiter Und wichtig ist ja, dass wir hier vollen Zugang Zum Markt erhalten Und das haben wir nur noch Wenn wir hier diese Wege hier durchbasteln Dann sieht das hier auch besser aus Jawohl Gruppenauswahl, drei Gebäude ausgewählt Okay Ja, ja, schön Aber wir können die nicht versetzen Nee Wir können das auch nur so drehen Okay, passt schon, alles gut Vielleicht kann man das nochmal in den Einstellungen überprüfen Das kann man bestimmt auch zum Das kann man bestimmt auch ändern Aber das soll es erstmal so sein Wir werden jetzt hier auf der Auf der linken Seite unseres Marktplatzes Auch noch ein bisschen was basteln Ganz einfach den Hintergrund Dass wir halt noch sehr, sehr viele Lohnarbeiter benötigen Hier unten ist ein Lehmvorkommen Das ist natürlich ganz, ganz toll gemacht Sando, super Du hast mitten im Lehmvorkommen gebaut Das wird immer besser mit dir So, okay Kreismenü Warum ist das jetzt hier Egal Okay, den legen wir an Ja, aber da könnten wir ja theoretisch den Weg auch ranlegen, oder? Warum hat sich der jetzt Warum hat sich der jetzt so komisch verabschiedet gerade eben? Egal Kriegen wir eine Hütte hin? Nein, funktioniert nicht Okay Dann werden wir hier Hütten hin bauen Und ich hoffe mal, dass wir die dann upgradet bekommen Hier noch eine Dann bauen wir hier Wir wissen es jetzt Wir brauchen hier einen Zwischenweg Den wir hier rausschieben Und dann werden wir hier noch ein paar Häuser hin bauen Das sollte jetzt, denke ich, mal eigentlich reichen So, dann haben wir zumindest mal welche gebastelt Dann könnten wir hier noch ein paar anlegen Also das ist alles kein Problem, nehme ich an Lagerkapazitäten für das Material ausgereicht Ist doch schön Sei doch froh Lieber zu viel wie zu wenig Sag ich immer wieder Wirklich, wirklich ist so Okay, guckt mal her So, jetzt können wir upgraden Wir brauchen auf jeden Fall wieder mehr Lohnarbeiter So, hier haben wir Die sind schon upgradet Das freut mich Das ist gut Hier hauen wir auch noch rein Ey, guck mal Sogar die Häuser hier draußen sind mit drin Guck mal So, Details hier Gehen wir mit rein Das ist auch noch angebunden, das Gebäude Das hier auch noch Aber da müssen noch ein paar mehr Leute rein Dass wir hier upgraden dürfen Kein Problem Und hier fehlen auch noch ein paar Leute Also alles gut Guck mal Und die Lohnarbeiter steigen Und steigen und steigen Das passt Das kriegen wir hin Leute, das sieht gut aus Jetzt gucken wir mal hier rein Okay Die einzelnen Leute Für die Inseln sind unabhängig Was zusammen Ich sag mal Was zusammen produziert wird Die Ware zählt zusammen Okay Das hier unten Das zählt zusammen Und das hier oben Die Statistik Insgesamt auch Das ist kein Problem Hier seht ihr die Statistik Oh, das ist wieder Ach, ich liebe es Finanzen Produktionen Okay 48% Holzfällerhütte Keine Auslast Ist wahrscheinlich voll Die Fischerhütte ebenfalls Und alles andere Wird hier noch produziert Ne? Ja, läuft Läuft Sehr schön Geil Also hier gibt es die Statistik Ach, ich liebe es doch schon wieder Und hier gibt es dann Auf dem Weg der Besserung Lohnarbeiter Ja, ja, das kriegen wir hier So, 2,30 haben wir 2,35 2,36 Okay, das läuft Dann werden wir die beiden hier noch upgraden So, dann haben wir es Alles klar Alles klar Das haben wir Mich würde nur mal interessieren Wo der Kollege kommt Ne, das ist Gegnerisches Schiff Also wenn, dann denke ich mal Würde hier im Haupthafen Einfallen Oder einfahren Aber das sehen wir dann Mal gucken, wo die Flotte kommt Wir sind vorbereitet Ich würde dann sogar mal so weit gehen Um zu sagen Wir werden uns Anders postieren, Leute Wir haben keine Möglichkeit mehr Unser Schiff zu basteln Das Ding ist voll Kapitäne insgesamt Angeheuerte Ja, ja, alles gut Das müsste man halt noch upgraden können Das wäre genial Leute, das wäre so geil Bis zum Angriff der Jäger der Karibik Auf Galley Island Und Fair Island Okay Fair Island Und Galley Island Das heißt, wir müssen uns hier irgendwo Entweder hier hinstellen Oder dort drüben Okay Carry Island Und Fair Island Können wir noch irgendwas Zur Verteidigung tun Als Beispiel Verteidigungstürme stellen Na, dann stellen wir halt noch ein paar Das ist kein Problem Hier war es das jetzt Kapitänsquartiere Werften Okay, Schiffe sind voll Wenn, dann muss der höchstwahrscheinlich Außenrum fahren Nehme ich mal an Ähm Und dann warten wir erstmal Bis die Flotte kommt Wir reparieren nochmal schnell durch Zu weit vom Dock entfernen Ja, Moment Das haben wir gleich So Ja, ja Komm dann Stopp, stopp, stopp Dann reparier dich gerne mal So 3 Minuten 19 Wir drehen den Speed Auf Vollgas Und dann würde ich hier gerne warten So Ich sag mal so Möglichst hier irgendwo Da wird man den vielleicht Hier irgendwo mit abfangen können Den Kollegen Vielleicht so hier Hier vor der Insel gelegen Irgendwie Dass wir hier so warten Weil der möchte uns ja hier so irgendwie angreifen Da so mittendrin Also entweder da Oder da Müssen wir mal schauen Müssen wir Werden wir gleich sehen Werden wir gleich sehen Angriff Zeit bis zum Angriff Der Jäger Der Karibik Auf Galley Island Und Fair Island Alle beide gleichzeitig Okay Na das sehen wir gleich 52 Sekunden Leute Jetzt bin ich gespannt Jetzt bin ich gespannt Was jetzt abgeht Der muss ja wahrscheinlich Erst einfallen Oder einfahren 25 Sekunden 25 Sekunden Leute das wird spannend Leute das wird spannend Jetzt bin ich gespannt Okay Besiegen sie alle angreifbaren Schiffe Der Jäger Karibik Das sind die Schiffe Die fallen hier ein Okay Wir drehen Los geht's Okay Wie es aussieht Teilen die sich auf Ja ja keine Sorge Die hauen rein Okay wir haben es geschafft So alle beide Die sind auf dem Weg Komm fahren 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 Komm fahren fahren Komm beeilt euch Beeilt euch Die sind auf dem Weg Zur anderen Insel Das sind drei relativ große Schiffe Hier Okay wir sind unterwegs Okay die kommen gefahren Leute das passt Säuber Das damn dog won't quit Damn you Jack You wretched son of a bitch I'll finally get a good night's sleep After we have that prick's head Also Die merkt Dass dieser Ich sag's jetzt Ich bleib mal höflich Der will einfach nicht aufgeben Dieser Typ Und Die ist stinksauer auf den Die sagt ja wirklich Ganz ganz fiese Sachen Ist klar Früher hat man sich nicht anders Behelfen können Außer so fiese Sachen sagen Sie wird auch sagen Sie wird dann endlich Frühschlafen können Wenn wir diesen Mistkerl Endlich am schlawischen haben Okay Okay Wir brauchen hier Mehr Material Wir reparieren mal So dann sammeln wir mal ein Spanisches Gold Und Duplonen gab's hier Jetzt ist bloß die Frage Können wir das hier reparieren Das wär halt so ne Frage Mehr Platz für Material Wir brauchen ein Lagerhaus Okay dann gucken wir mal Ähm Reparaturstation Reparieren nachher nach Beschädigte Gebäude In der Umgebung Na sag das doch Ach Ah Die können wir an Land bauen Okay das ist cool Dann bauen wir gleich hier eins her Braucht die Braucht das Ding Ne Verbindung Nein das braucht keine Verbindung Sehr geil So Depot Lagerhaus Erhöhen Die maximalen Lagerkapazitäten Aller Materialien Um zusätzliche 5 Tonnen Das ist so ein Ding Wow Okay wir ziehen es mal hier oben hin Ich würde sagen Wir bauen es mal Moment Schön langsam Ne Ein Lagerhaus Wir wollten ein Lagerhaus haben Ne Das Problem ist Wie können wir Wie können wir das Lagerhaus drehen Ich hätte gerne dieses Haus gedreht Aha Gut Sehr schön Ich habe Wort bekommen Dass ein britischer West-Indien-Kompany-Vessel In einem Sturm Und seine Kette ist da Für die Gehörung So Entschuldigt bitte Jetzt hätte ich euch Garantiert den Manser weggehauen Wenn ich jetzt hier Ins Mikro reingepustet hätte Unser John Hartle Schreibt Ich habe erfahren Dass ein Schiff der britischen West-Indien-Kompany In einem Sturm Schiff Behorletten hat Die Beute Ist bereit zur Mitnahme Sollen wir eine Flotte schicken Falls jetzt jemand Zuvor gekommen ist Würde ich sagen Erreichen sie das Frack der Handelskompany Das ist glaube ich Hier drüben Und das machen wir Auf jeden Fall Wie sieht es aus Du reparierst dich Geil Okay da ist es Ja okay Die sind schon da Das habe ich mir schon gedacht Ist aber egal Das kriegen wir hin Leute Leute das kriegen wir hin Die werden wir jetzt Die werden wir jetzt wegpusten Ihr Freunde Schönes Streufeuer Denkt dran Sauber 4500 Leute Oh okay John Audley hat keine guten Nachrichten Für uns Leute Die Jungs konnten sich Mit einem Teil der Fracht Aus dem Staub machen Aber was noch wichtiges Sie haben ein Schreiben Der britischen West-Indien-Karmonie gefunden Diese Leute Haben uns im Auge Käpt'n Und es gibt keine guten Neuigkeiten In dem Bericht steht Dass einige unserer Männer Unzufrieden sind Und sie überlegen Uns zu verlassen Sprechen sie mit Isabella Sie wird wissen Was zu tun ist Okay alles gut Interagieren sie Mit dem angezeigten Bordell Na das ist doch schön Das ist wahrscheinlich hier Das habe ich mir schon gedacht So Das ist ja cool Dürfen wir jetzt Quests machen Also sie sagt Uneinigkeit in den eigenen Reihen Das überrascht mich überhaupt nicht Bei dem bunten Haufen An Leuten auf unserer Insel Ja klar Wir haben ja alles angeheuert Leute Was wir irgendwie In die Finger gekriegt haben Wir müssen ein klares Zeichen Der Führung setzen Gehen sie zu den Docks Und sprechen sie mit den Menschen Dort Lösen sie ein paar Ihre Probleme Dann sollten sich alle Unstimmigkeiten Bald in Luft auflösen Alles klar Das ist dann wahrscheinlich Hier irgendwo Herbatorstation Fischerei Interagieren sie mit der Auf der Karte markierten Stelle Um einen Handel zu begehen Okay Okay hier Da muss man wahrscheinlich Erst einmal mit dem Schiff hinfahren Nehme ich mal an Ist aber alles kein Problem Die sind hier gerade wieder Genau Die sind gerade auf dem Weg Zum Heimathafen Wir werden hier schnell mal Unser Schiff durch reparieren Und dann würde ich sagen Fahren wir mal da raus Okay Die sind nicht mehr so ganz zufrieden Die Lohnarbeiter Ne warte mal Die Lohnarbeiter Denen geht es gut Okay Okay rum Okay Die wollen rum Und die wollen Die wollen auch eine Taverne Versorgungsgrad 0% Also hier ist nichts mit Taverne Leute Gucken wir mal hier rein Also rum Rum sinkt immer mehr Ja okay Okay das ist Das ist jetzt Da müssen wir mal angreifen Passt auf Wünsche Rum Wie sieht es aus Da brauchen wir eine Zuckerplantage Das ist glaube ich das hier Ne das ist Baumwolle Das ist eine Zuckerplantage Die könnten wir hier zur Not noch mal setzen Nochmal eine Dann bauen wir mal hier noch so weit wie es geht Limit 72 Sehr schön Dann haben wir bestimmt hier noch eine Rumdestille irgendwo am Start Jawohl Rumbrennerei Wisst ihr was wir machen? Wir machen folgendes Wir ziehen hier In den Weg rum Und bauen dann hier hinten auch gleich so eine So eine Rumbrennerei noch mit hin Wisst ihr das? Hier Guckt mal Sollte doch klappen oder? Wenn ich jetzt nur noch wüsste wie ich das Ding gedreht habe Ah Manchmal ist das etwas behende Aber Alles gut Kriegen wir hin Leute Kriegen wir hin So Das ist dieses Das ist die Seilerei Das ist der Sägemacher Wir brauchen hier hinten noch ein Depot Wir brauchen hier hinten ganz ganz wichtig Ähm Noch ein Depot Ne Träger bringen Materialien Ja ja genau Das Genau das sehe ich Das fühle ich Warte Das müssen wir nur noch mal gucken Ich würde es gerne so hinstellen Und dann ziehen wir die Wege einfach hier Guckt mal Sollte doch passen oder? Was meinen wir? Jetzt kriegen wir da hin Oder Gehen wir das hin Leute? So Jetzt dürfen die anfangen zu arbeiten Ich hoffe das mit dem Rum Das sieht dann gleich besser aus Schiffsunterhalt ist halt alles sehr teuer Klar Verständlich Ähm Nur zu verständlich Wie gesagt Wenn wir das schaffen Dass der Rum Wieder in anständige Höhen raufkommt Denke ich mal Sieht das auch wieder besser aus Wie sieht denn das aus? Ähm Eine Taverne Gucken wir nochmal rein Bedürfnisse Annehmlichkeiten Taverne Wie weit wäre die Reichweite von dem Ding? Die wäre gar nicht so schlecht Das Problem ist Dass die hier dazwischen hängen Ja Die müsstest du dann halt Okay Die hätte Ja das verstehe ich Das verstehe ich Die müsste man halt versuchen Von der Reichweite her Ein kleines bisschen anders zu bauen Am besten hier gleich irgendwo an die Kreuzung ran Findet der Materialien Okay Was bauen wir denn? Sollt er dort klappen oder? Jo Okay Denen geht es wieder gut soweit Das passt Jetzt müssen wir nur noch auf unseren Rum aufpassen Leute Jetzt müssen wir nur noch gucken 65% 65% Die arbeiten Denen geht es gut Wir bauen gleich lieber mal noch eins Wir bauen gleich noch eine Zuckerplantage Und wir bauen auch gleich noch eine Rumbrennerei Ich weiß nicht warum ich das So ein Stück nach hinten gezogen habe Ich habe absolut keine Ahnung Was mich da geritten hat Aber egal Das kriegen wir schon Das kriegen wir schon nach raus Ja Zu jeder Plantage brauchen wir auch Felder Das stimmt Das ist richtig So Jetzt darf das wachsen und gedeihen Jetzt haben wir drei Jetzt haben wir hier drei am Start Jetzt könnten wir hier noch einen Weg runterziehen Lagerkapazitäten ausgereizt Zum Thema Segel Gebäudelager aufwerten Okay Dann hauen wir noch rein Wie sieht es denn hier aus? Ja So jetzt bräuchten wir nur noch ein bisschen Kohle Leute Jetzt bräuchten wir nur noch so ein bisschen Kohle Oder wir graden halt noch ein paar Leute ab Ich denke mal das wird auch zu dem führen Dass wir dann ein paar mehr Hier guck mal ne Also das ist schon Das ist schon was ganz anderes Sechs und vierundzwanzig Können wir Ne Wir können leider keine Zwei Gebäude mit einem mal upgraden Ist auch nicht schlimm Hauptsache wir kriegen wieder etwas mehr Geld Okay das kriegen wir auch noch hin Auf der Seite Hier auch noch Sehr schön Dann immer haut euch hoch So jetzt bin ich mal gespannt Jetzt wo war die Statistik Die war hier Produktion Rom Sechs von vier Das heißt Verbrauch Sechs Produktion vier Ist das richtig? Die produzieren nicht bei voller Auslastung Aus welchen Gründen auch immer Leute Okay Zucker ist auch noch nicht voll Okay Jetzt Es geht aber Geht aber Leute Läuft Läuft gleich Ja das läuft Guck mal Guck mal Guck mal Wie das steigt Sehr schön Sieht gut aus Sieht wieder gut aus Läuft Okay Ja das dauert halt manchmal Das schwankt Finde ich auch gut so Darum ist noch nicht Komplett ausgereizt hier So gib mal Gas Guck mal Jetzt sieht man wie er wieder sinkt Wie es wieder hoch geht Wie er wieder sinkt Okay alles klar Also das schwankt halt alles noch hin und her Jetzt gucken wir mal Wie viel produzierst du pro Minute Aktuelle Produktionsdauer 33 Okay Weil das Produktionseffizienz 90 Wir haben nicht genug Ach Leute Wir haben nicht genug Hilfsarbeiter Alles klar Wir haben zu viel abgegradet hier Okay Das ist mal auch was Neues Wir haben tatsächlich Ähm Wir haben tatsächlich zu wenige Hilfsarbeiter Das hat wiederum dazu geführt Dass wir jetzt hier Ein Problem haben Dass wir jetzt hier ein Problem haben Unsere Leute zu versorgen Was ich Sehr sehr gut verstehen kann Und wir brauchen Jungen bedingt mehr Und ich habe ja gerade eben Die Lohnarbeiter Upgradet Das Problem ist dran Wenn man die Lohnarbeiter Upgradet Klar Sinkt halt die Sinkt halt die Arbeit Steigt die Arbeitsleistung Der Lohnarbeiter Aber nicht von den Hilfsarbeiter Da dabei ist die Bilanz Relativ Die ist relativ egal Die wollen nämlich auch rum Ja Und die wollen ein Bordell Naja War klar Wie gesagt Die Bilanz Die muss besser Die Bilanz hier oben Die muss wieder besser aussehen Wir brauchen deutlich mehr Leute Deshalb ist die nur bei 76% Und ich überlege die ganze Zeit Warum ist die bei 76% Ja Jetzt weiß ich ja warum Wir setzen hier immer noch Acht Stück Okay So Dann sollte das jetzt Eigentlich Hoffentlich reichen Dass ich hier jetzt Wieder genügend Hilfsarbeiter Ansiedeln Sieht zumindest Alles mal noch gut aus Das kann sich auch Ganz ganz schnell Ins Negative Ne Umwandeln Also Das wissen wir schon Rum wird immer noch benötigt Es steigt zwar wieder Aber Jetzt mit den Noch mehr Leuten Ähm Denke ich mal Dass wir wieder noch mehr rum brauchen Wir werden hier mal noch Den ein oder anderen Lohnarbeiter Werden wir mal noch degradieren Zu Hilfsarbeitern Okay Und jetzt sollte das Wenigstens erstmal wieder Komplett arbeiten Guckt mal Produktionseffizienz 150% Schaut euch das mal an Die arbeiten mit 30 Sekunden Und die arbeiten mit 20 Da brauchst du sogar Eine Farm weniger Du kannst sogar jetzt Theoretisch könntest du noch Ey das geht sogar Theoretisch könntest du noch mehr Rumbrennereien hinbauen Pass auf Wir gucken auf die Statistiken Rein in die Produktion Rum Siehst du 6 von 6 wird hergestellt Ne Also das ist kein Problem Wir stellen aber schon Mehr Holzstämme Zucker Wir stellen aber schon mehr Zucker her Guck mal Ne Verbrauch 6 Produktion 9 Das heißt wir könnten noch Eine Rumdestallerie Mehr Tatsächlich hier hinten herstellen Und das machen wir Leute das machen wir Da machen wir gar nicht rum Moment hier So Und dann geht's los So und dann darf das hier steigen Okay so Jetzt gehen wir mal wieder zur Quest Und zwar Anfragen abgeschlossen Interagieren sie mit den angezeigten Docks Interagieren sie mit der auf der Karte markierten Stelle Um einen Handel zu beginnen Rekrutierungskampagne Lohnarbeiter aufs Hellgate Oder Fair Island Anheuern Okay ihr wisst Bescheid Das heißt Lohnarbeiter da oder da Dafür haben wir zur Zeit 288 Da haben wir ja keine degradiert So dann gehen wir mal noch dahin Dorthin Und dann fahren wir mal mit den Schiffen Dahin wo wir handeln sollen Moment wir sollen hier handeln Hier sollen wir hinfahren Was jetzt da passiert Beim besten Willen Ich hab absolut keine Ahnung Das was ich euch aber sagen kann Ist dass wir das Jetzt rausfinden werden Ein Piratenkapitän winkt über die Bordwand seiner Bark Und bietet bei einem Glas Rum seine Dienste Im Tausch gegen eine Handvoll spanisches Gold an Denken sie Über das Angebot nach Oder Ein neuer Kapitän auf einer Bark wird sich uns anschließen Aber selbstverständlich Da machen wir gar nicht Wow Level 10 Leute Leute das Ding hat Level 10 In Fesse 3 große Aufeinander Wow geil Ja Ja Leute Interagieren sie mit den angezeigten Docks Ne warte mal Das muss ich gerade Da muss ich gerade mal schauen Also wir müssen Wir müssen die Differenzen und Disharmonie Müssen wir aus Ausmerzen Wir haben kaum noch Rum Okay das hab ich mir schon gedacht So wartet mal Dann machen wir das wieder normal Und dann müssen wir noch etwas Rum produzieren Leute Wir haben jetzt zwar ein dickes Plus an Kohle Und Rum sieht auch gut aus Aber Gaut mal Ja das ist jetzt das Problem Wir lassen es mal noch so Okay Wir lassen es mal noch Alles mal noch so wie es ist So passt er auf Das ist ja geil diese Quest Guckt euch mal diese Schrift an Oh das gefällt mir auch so so gut Pitchteller Ein verärgerter älterer Herr mit einem Buckel Und nur mit einem Bein Mit einem Bein Beklagt sich über die quälend langen Strecken Die er hummen muss Nur um zu den Annehmlichkeiten der Insel zu gelangen Und wünscht sich Dass es mehr davon gäbe Fünf Tavernen auf Inseln bauen Kehren sie später zurück Sie werden auf unsere Kehr warten Und die Anfrage ignorieren Die Anfrage ist dann nicht mehr verfügbar Aber es wird andere Anfragen geben Ich muss euch ganz ehrlich sagen Fünf Tavernen auf die Inseln bauen Kehren sie später zurück Das mache ich auf jeden Fall Jetzt muss ich nochmal kurz gucken Die Tavernen Das waren diese Wartet mal Das waren glaube ich Bei Annehmlichkeiten Hier die Tavernen Denkt dran Die kosten halt Unterhaltskosten 50 Wenn wir da fünf Stück Dahin Brassen Ähm Ist das halt richtig teuer Ne Ich sag mal Gegen Ende der Folge Jetzt würde ich ganz gerne Mit euch noch Folgendes machen Ich würde jetzt nochmal Ach ne warte mal Wir müssen nur hierher Wir müssen nur hierher Wie es aussieht Müssen wir die dann stehen lassen Oder können wir die dann wieder wegreißen Was meint ihr Wir haben auch nicht genug Baukosten Uns fehlen auch Ziegel Beziehungsweise fehlt uns auch Holz Also wir können nur ein zwei Stück bauen Dann müssen wir wieder auf Baukosten warten Und dann Okay Okay das habe ich eingesehen Ja Und dann müssen wir wieder auf das Holz warten Und dann geht es wieder hin und her Und hin und her Okay Okay Ich würde dann mal trotzdem sagen Wenn wir die Quest abgeschlossen haben Reißen wir die dann ganz einfach wieder weg Nein da machen wir gar nicht rum Ich würde dann mal sagen Wie das weiter geht In unserer fantastischen Story Denn die Story Ich sage mal so wie es ist Die verspricht dir einiges Ich würde mal sagen Gehen wir noch mit der Reparaturstation Wo gehen wir da hin Passt das Ja das passt Ich würde dann sagen Wir schauen uns das ganz gemütlich In der nächsten Folge an Bis dahin bedanke ich mich Ganz ganz herzlich bei euch Fürs zugucken Wenn es euch gefallen hat Dann würde ich mich riesig freuen Wenn auch in der nächsten Folge Hier zum Questabschluss hoffentlich Wieder mit dabei seid Ihr seht Es gibt noch jede Menge zu tun Und ich möchte unbedingt Vielleicht nächste Übernächste Folge Möchte ich unbedingt schauen Wie weit es dann hier reingeht Ähm Ist eine super geile Kleine Quest Sorry Und ich bin gespannt Was dann hier oben Sich an dem X befindet Ich bin wirklich gespannt Aber Das dann beim nächsten Mal Herzlichen Dank Ciao ciao Macht's gut Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal